Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, was ist passiert seit der ersten Lesung zum Haushalt? Der Oberste Bayerische Rechnungshof hat in der Zwischenzeit seinen Jahresbericht vorgelegt. Darin steht genau das, was ich hier in der ersten Lesung zum Nachtragshaushalt gesagt habe. Zu viele Ausgaben, auf Dauer kann das nicht gut gehen. Ich zitiere den Präsidenten des Obersten Bayerischen Rechnungshofs, Herrn Fischer-Heidelberger. Diesen rasanten Ausgabenzuwachs halte ich für bedenklich. Das süße Gift der stetig steigenden Steuereinnahmen darf die Staatsregierung nicht dazu verleiten, bei der Ausgabendisziplin alle Zügel schleifen zu lassen. Meine Rede in der ersten Lesung, eine solide und nachhaltige Haushaltspolitik sieht anders aus. Ziel muss es sein, dass Ausgaben und Einnahmen deckungsgleich sind, gerade in diesen wirtschaftlich florierenden Zeiten. Was ist dann passiert? Die CSU war unglaublich aufgeregt und ungehalten. Es war die Rede von einer Behördenverlagerung, den obersten Bayerischen Rechnungshof nach Oberfranken zu verlagern. Aha! Behördenverlagerung als pädagogisches Element in der Politik der CSU? Auch spannend. Übrigens, diese Drohgebärden in Richtung ORH gab es nun schon zum zweiten Mal. Auch beim letzten Bericht des Rechnungshofes, also dem davor, hieß es in etwa, auch in Wunsiedel gäbe es freie Gebäude. Und was ist dann passiert? Man hat zusammen Kaffee getrunken. Der Präsident des obersten Bayerischen Rechnungshofs, der Ministerpräsident, der Finanzminister. Und Ergebnis des Gesprächs, zumindest war es in den Medien so zu lesen, der Ministerpräsident sei sich einig mit dem ORH. Also ja, der Bayerische Rechnungshof hat recht und so könne es nicht weitergehen, laut Ministerpräsident Seehofer. Die Ausgaben steigen zu extrem an. Man muss schon erwähnen, dass das ganz erstaunlich ist, dass jetzt plötzlich zu diesem Punkt dem ORH-Recht gegeben wird. Kleiner Einschub an dieser Stelle. Schon in der Regierungserklärung vom November, Herr Ministerpräsident, da hieß es schon mal, ab sofort werden die Ausgaben gedrosselt. Und es war da eigentlich schon Ausgabedisziplin verordnet. Oder noch mal anders gesagt. Gestern, habe ich auch gelesen, haben Sie für die Zukunft Mäßigung und solides Haushalten versprochen. Und heute wollen Sie hier Rekordausgaben ohne Ende beschließen. Gilt heute also schon wieder nicht das mehr, was Sie gestern gesagt haben? Um 31 Prozentpunkte ist der Haushalt gestiegen, seitdem der Ministerpräsident Seehofer heißt. Und darin sind nicht einmal die Schulden für die Landesbank eingeschlossen. Eine 3-Prozent-Grenze bei den Ausgaben wollen Sie sich auferlegen. Doch, 3 Prozent ist nicht mäßig oder solide und schon gar nicht, wenn man eben die 31 Prozentpunkte gestiegenen Ausgaben noch mit reinrechnet. Wenn die Ausgaben 2015 und in den darauffolgenden Jahren um 3 Prozent steigen, dann sind das knapp 1,5 Milliarden Euro mehr. Und gleichzeitig sollen aber die Steuermehreinnahmen 2015 um 503 Millionen Euro, das ist das ganz offizielle Schreiben wieder vom Finanzminister, und 2016 nur um knapp 590 Millionen Euro steigen. Da ist also das nächste Defizit schon vorprogrammiert. Die Steuereinnahmen lassen nur ein Wachstum von circa 1 Prozent zu. Ich wiederhole, Wachstum von 3 Prozent in den Ausgaben bedeutet 1,5 Milliarden Euro mehr. Und bei den Steuermehreinnahmen stehen aber nur gut 500 Millionen und knapp 600 Millionen dem entgegen. Das heißt, das Defizit ist vorprogrammiert. Zurück zum Bayerischen Rechnungshof und dem Kaffee trinken. Ja, der Bayerische Rechnungshof hat recht, sagte der Ministerpräsident öffentlich. Oder sollte damit eher der Finanzminister Söder wieder etwas in die Schranken gewiesen werden? Das alte Spiel, hier wird jemand öffentlich gestutzt, damit in der Nachfolgedebatte niemand zu groß wird. Allerdings, dass es ein Weiter-so-nicht geben kann, das ist offenbar wirklich auch dem Finanzminister klar. Ich zitiere aus einem internen Aufstellungsschreiben der Staatsregierung für den Doppelhaushalt 2015-2016. Die Steigerungsraten des Staatshaushaltes der letzten Jahre liegen über der Preissteigerungsrate, und zwar massiv. Da gibt es ganz schöne Grafiken in diesem internen Schreiben, da sieht man das nochmal richtig. Ich zitiere weiter. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass derartige Ausgabenzuwächse auf Dauer dargestellt werden können. Daher müssen wir sparsam und überlegt wirtschaften. Ist es vielleicht einfach nur der Ausdruck dessen, dass demnächst keine Wahlen anstehen? Mit dem Geständnis, dass man jetzt nur noch in Anführungszeichen drei Prozent ausgeben möchte, das ist genau das Geständnis, alle Wahlen sind vorbei, ich muss keine Wahlgeschenke mehr machen. Deswegen könnte man jetzt theoretisch Ausgabendisziplin machen. Nichtsdestotrotz, allein mir fehlt der Glaube, weil es wäre eine ganz neue Politik, eine ganz neue Haushaltspolitik. Und man müsste das machen, was Haushaltspolitik eigentlich verlangt, nämlich Prioritäten setzen und umschichten. Auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen. Und das sind die Prinzipien, nach denen wir unsere Haushaltspolitik gestalten. Unsere Schwerpunkte auch für diesen Nachtragshaushalt sind die Energiewende vorantreiben, Klimawandel stoppen, Inklusion endlich, wenigstens ansatzweise etwas dafür tun und Bildung. Und wenn Sie, liebe Staatsregierung, endlich Ihre Politik an diesen Prinzipien ausrichten würden, dann würde das auch bedeuten, sich eben nicht die Gunst der Wählerinnen und Wähler immer nur erkaufen zu können oder die Gunst der eigenen Leute im Wettkampf um die Nachfolge des Ministerpräsidenten. Besonders schön nochmal bei Markus Söders Zitat zu sehen nach der Kabinettssitzung vor zwei Wochen. Da hieß es, ich zitiere wörtlich, die Steigerungsraten der letzten drei Jahre bei den Ausgaben kann auch ein starkes Land wie Bayern nicht auf Dauer durchhalten. Ziel ist, die erfolgreiche Haushaltspolitik des Freistaats fortzusetzen. Also, Markus Söder will die Haushaltspolitik fortsetzen, obwohl sie nicht durchzuhalten ist. Interessant. Das ist nicht nur ein semantisches Problem, sondern auch in der Praxis. Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, das, was in der Regierungserklärung vom Ministerpräsident Seehofer erklärt wurde, sind alles ja ganz schöne Ziele. Doch wenn man es ein bisschen ernst meinen würde, dann wüsste man, wie viel es kostet, sie umzusetzen und vor allem, wie man die Umsetzung dieser Ziele finanzieren will und kann. Doch Fehlanzeige. Nehmen wir als Beispiel die Garantie für Grundschulen her. Da hieß es in der Regierungserklärung, recht wohl klingend, dass keine Grundschule geschlossen werden müsste. Das klingt erst einmal gut und wäre auch für uns ein sehr erstrebenswertes Ziel. Doch was ist seitdem passiert? Die Grundschule in Unterjoch muss schließen. Ja, nicht selbstständige Grundschulen waren angeblich nie gemeint. Hieß es aber nicht in der Regierungserklärung. Das ist erst im Nachhinein erklärt worden. Doch auch wie und mit welchem Konzept selbstständige Grundschulen Bestandsgarantie haben, da sind sie uns, da sind sie hier im Landtag und aber auch den Wählerinnen und Wählern eine Antwort schuldig geblieben bislang, Herr Ministerpräsident. Stattdessen beantragen wir ein Modellkonzept für den Erhalt von Grundschulen. Ich finde, es ist eine vernünftige Lösung. Wir beantragen nicht, dass jeder erhalten wird, sondern wir beantragen ein Modellkonzept. Und was passiert mit unserem Antrag? Er wird abgelehnt. Nächstes Versprechen aus der Regierungserklärung ist die Ganztagsgarantie. Also ganz abgesehen, dass dieses Versprechen nicht im Haushalt abgebildet ist. Und das Versprechen war ja aus dem November. Was ist eigentlich damit gemeint, mit der Ganztagsgarantie? Diese Frage habe ich auch schon zur ersten Lesung gestellt und leider keine Antwort bekommen. Alle Kinder bis 14 hieß es. Was meinen Sie? Welche Klasse und wirklich alle, die wollen? Oder eben nur einen Rechtsanspruch äquivalent zum Kita-Anspruch? Also, was ist damit gemeint, mit der Ganztagsgarantie? Und was ist seitdem passiert? Nichts. Nächstes Versprechen aus der Regierungserklärung. Bayern barrierefrei 2023. Wie und wann soll das finanziert werden? Bayern barrierefrei 2023. Ist das jetzt das neue Schlagwort nach Bayern schuldenfrei bis 2030? Wieder mal so ein Motto ohne Plan, ohne irgendwie hier Geld reinzustecken? Ich hatte schon in der ersten Lesung darauf hingewiesen, dass es Haushaltsreste gibt, und zwar 410 Millionen Euro, um unter anderem Bahnhöfe barrierefrei zu gestalten. Das wäre doch was. Verwenden Sie wenigstens die Haushaltsreste und gehen Sie ein kleines Stück in Richtung Bayern barrierefrei. Ebenso habe ich in der ersten Lesung mir und Ihnen die Frage gestellt, mit wie viel Geld die CSU-Fraktion die Kürzung der Staatsregierung bei der klassischen Behindertenhilfe ausgleicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich spreche hier nicht von Inklusion oder Geld für Inklusion, sondern schlecht und einfach von der klassischen Behindertenhilfe, also von Investitionszuschüssen für Menschen mit Behinderung. Und eigentlich wissen wir alle, alle, heutzutage aufgrund der medizinischen Fortschritte, Gott sei Dank, werden Menschen mit Behinderung älter. Was heißt das aber? Man bräuchte eigentlich mehr Geld für Menschen mit Behinderung, denn da steigen die Ausgaben. Und da heißt es noch einmal, um ganz klar zu sagen, wir brauchen eben mehr Geld für die Menschen mit Behinderung und die Infrastruktur. Aber was passiert hier mit diesem Nachtragshaushalt? Mit dem zweiten Nachtragshaushalt 2014 steigt das Volumen auf fast 50 Milliarden Euro. Und was machen Sie, liebe Staatsregierung? Sehr geehrte Frau Sozialministerin Müller, Sie lassen tatsächlich eine Kürzung bei der klassischen Behindertenhilfe von 3,5 Millionen Euro zu. Die CSU-Fraktion mildert die Kürzung zwar ab, aber im Vergleich zum letzten Doppelhaushalt zu 2011 und 2012 fehlen immer noch 1,5 Millionen Euro. Da kann ein Ministerpräsident noch so sehr in seiner Regierungserklärung vom Ziel Bayern barrierefrei 2023 reden, wenn hierfür kein Geld in den Haushalt eingestellt wird, wenn dann sogar noch gekürzt wird in der klassischen Behindertenhilfe. Und genau deswegen stellen wir unsere beiden Anträge, die lediglich die Kürzung zurücknehmen, nicht mehr Geld fordern, sondern einfach die Kürzung, die die Staatsregierung eingestellt hat und die CSU-Fraktion nicht ausgeglichen hat, zurücknimmt, die stellen wir heute namentlich zur Abstimmung. Das, was uns außerdem Geld kostet, und zwar bislang unsinnig, und es bleibt auch jeglichen Beweis eines positiven Effektes schuldig, ist die Verlagerung bzw. Teilverlagerung von Behörden. Mit diesem Nachtragshaushalt hätten wir noch einmal die Chance gehabt, eine Ausgabe stoppen zu können, die den Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen 20 Millionen Euro kostet, die unsinnige Verlagerung der Bewertungsstelle des Finanzamtes München nach Höchstädt. Außerdem wurde da ja auch noch groß angekündigter Bayernplan und weitere Behördenverlagerungen angedroht. Angedroht, anders kann man das nicht sagen, weil es bisher nie effektiv war und einfach viel Geld gekostet hat, auch schon vom obersten Bayerischen Rechnungshof bemängelt. Strukturpolitik auf Kosten der Verwaltung, der Menschen in der Verwaltung und auf Kosten von Synergieeffekten in der Verwaltung – ein Armutszeugnis. Mit diesem Nachtragshaushalt wird zum ersten Mal der andere, der neue Ressortzuschnitt abgebildet. Was ist passiert? Ein Finanzminister bekommt einen beträchtlichen Teil, wo es darum geht, eben Geld auszugeben. Also der neue Heimatminister. Ich werde das jetzt im Gegensatz zur ersten Lesung nicht weiter ausführen. Wie der Heimatminister den Finanzminister umbittet, im Haushaltsvollzug Ausgaben zu genehmigen und sich dann über die genehmigten Ausgaben durch den Finanzminister Söder, der Bezirkschef oder der Ich-möchte-gern-Ministerpräsident-werden Söder freut. Wie das so zugeht, das haben wir gerade erst erlebt mit dem Kompetenzgerangel bei der aktuellen Stunde um den digitalen Aufbruch in Bayern. Da möchte ich auch nicht weiter darauf eingehen. Das haben wir letzte Woche hier alle leibhaftig erlebt. So, was ist noch passiert in der Ressortverteilung? Ein Superministerium ist gebildet worden. Die Zusammenlegung von Schule und Hochschule. Und ich bin da ganz ehrlich, auch ich als haushaltspolitische Sprecherin der Fraktion dachte ziemlich lange, dass das eine gute Möglichkeit wäre, um Geld in der Ministerialbürokratie zu sparen. Aber dann habe ich Gespräche geführt mit Verbänden und Vertretern aus den Ministerien und ich habe erkannt, dass die Zusammenlegung kaum einen Spareffekt hat und vor allem nichts bringt und beziehungsweise eben ein viel zu großes Monstrum schaffen würde. Und ich erspare Ihnen und mir jetzt die Zitate, die aus den eigenen Reihen über den neuen Superminister Stähnle in der Debatte um die Lehrer und Lehrerinnen stellen fielen. Aber die würden sehr wohl sehr deutlich machen, dass man nicht zufrieden ist mit der Führung dieses Amtes. Aber Ressortzuschnitte kann man ja auch ändern, wieder, liebe sehr geehrte Staatsregierung. Und dann gibt es ein paar kleinere Zuschnitte, wie zum Beispiel, ich finde, die sinnvolle Verlagerung der Schiene ins Innenministerium, zur Straße. Vielleicht erkennt man dann endlich, dass die Schiene etwas mehr Bedeutung bräuchte. Und dann gibt es da noch das angeblich eben andere Superministerium, das der Wirtschaft. Und weil da große Teile rausgenommen wurden, wie die Schiene und das Landesentwicklung Entwicklungsprogramm. Deswegen gibt es dann da jetzt auch zwei Amtschefs. So macht man es. Wenn man auf der Personalseite einsparen will, man nimmt Bereiche aus einem Ministerium heraus. Und dafür gibt es zwei B9-Stellen. Für all diese Ausgaben, für all die Versprechen, die der Ministerpräsident hier und sonst wo macht, braucht man, brauchen wir Einnahmen. In dem internen Aufstellungsschreiben zum nächsten Doppelhaushalt, da steht so lapidar drin, alle Möglichkeiten, Einnahmeansätze zu erhöhen, sind weiterhin konsequent auszuschöpfen. Im Hinblick auf die Politik und was bisher passiert ist in Bayern, ist das zwar ein Widerspruch in sich, ich komme gleich darauf zu sprechen, aber es wäre ein leichtes für den Freistaat. Und Jahr um Jahr bemängelt der oberste Bayerische Rechnungshof. Die Finanzverwaltung ist unterbesetzt, und zwar massiv. Und vor einigen Jahrzehnten hat es hier an der gleichen Stelle meine Vorgängerin Emma Kellner bemängelt. Und wie gesagt, selbst in den eigenen Reihen heißt es mal mehr oder weniger offiziell, die Unterbesetzung der Finanzverwaltung sei Absicht, weil man damit Betriebe und reiche Menschen nach Bayern locken möchte. Doch gerecht geht anders. Und vor allem brauchen wir diese Einnahmen eben, um das, was Sie sich oder das, was wir uns vorgenommen haben, in den nächsten Jahren zu finanzieren. Bisher habe ich darüber gesprochen, was wir mindestens einmal im Halbjahrestakt hier im Landtag diskutieren. Beim Bericht des Obersten Bayerischen Rechnungshofes und bei den Haushaltsberatungen. Sie weisen mit Absicht zu wenige Stellen im Bereich der Finanzverwaltung aus. Doch diesmal ist es dann auch noch so. Sie, die Staatsregierung, haben der Steuerverwaltung versprochen, dann, wenn die Kfz-Steuerbearbeitung zum Bund übergeht, dann kriegt die Steuerverwaltung vollständig diese Stellen. Der Vermerk, künftig wegfallen, wird gestrichen. Analog zu dem, was jetzt zum Glück aufgrund des Druckes durch die Kommunalwahlen bei den Lehrerstellen passiert ist. Und damit werden die Stellen erhalten. Doch was ist passiert? 25 Stellen der für die Finanzverwaltung versprochenen Stellen geht in den Kopf mal wieder. Nämlich da, wo man laut eigenen Bekundungen abbauen will. Aber man braucht eine neue Spielwiese für den Finanzminister. Die Filiale des neu geschaffenen Heimatministeriums in Nürnberg. Und da gehen jetzt mal eben so 100 Stellen hin, die man eigentlich ganz dringend in der Finanzverwaltung bräuchte. Dann schauen wir uns doch den Bundesländervergleich an. In der Steuerverwaltung belegt Bayern fast immer den letzten Platz. Bei der Betriebsprüfung, bei der Steuerfahndung. Und dabei will Bayern immer Spitze sein. Seien Sie doch mal Spitze. Das wäre erstrebenswert. Streichen Sie den KW-Vermerk und lassen Sie die Kfz-Steuer bei der Steuerverwaltung. Sie würden auch etwas für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Freistaates tun. Sie endlich entlasten. Denn dass die Bayerische Steuerverwaltung eben sehr, sehr gute Arbeit leistet, das zeigen die guten Prüfergebnisse, die an dieser Stelle so gerne von Ihnen zitiert werden. Tun Sie was für die Einnahmen Bayerns. Stärken Sie die Steuerverwaltung, so wie Sie es versprochen haben. Doch jetzt müssen wir noch einmal drei Schritte zurückgehen. Weil Sie müssten mehr Planstellen einrichten, um die Steuerverwaltung zu stärken. Sie müssten die Stellen, die Sie der Steuerverwaltung versprochen haben, auch alle der Steuerverwaltung überlassen. Aber jetzt wird es dann völlig absurd. Wir hier im Hohen Haus sind uns alle einig, dass wir mehr Menschen in der Finanzverwaltung brauchen. Da sind wir uns alle einig. Da nehme ich gerne die Aussagen und die Stoßrichtung auch von der Staatsregierung wahr und begrüße diese. Doch was passiert? Es bleiben Stellen unbesetzt. Im Haushaltsplan stehen fast 2.000 Stellen mehr, als in der Finanzverwaltung tatsächlich besetzt sind. Da frage ich mich schon, wie kann so etwas sein? Weigert sich das Finanzministerium etwa, den Haushaltsplan zu vollziehen? Was nützt es denn, wenn der Landtag einen Stellenplan beschließt und die Regierung die Hände in den Schoß legt? Nächster Punkt. Wir brauchen mehr Stellen in der Finanzverwaltung. Da sind wir uns alle einig. So einig, dass Finanzminister Söder sogar behauptet, die Steuerverwaltung habe 2009 fast 1.500 zusätzliche Stellen erhalten. Es sind 1.500 neue Stellen für Steuerfahnder geschaffen worden. Da frage ich mich schon, wie das gehen soll. Wenn die Zahl der Planstellen in der Finanzverwaltung nur um nur gut 400 gestiegen sind. Angeblich sind 1.500 neue Stellen geschaffen worden, aber sie sind nur um 400 Stellen eben angewachsen, die Planstellen. Neue Zahlen und Rechentricks. Danke, Herr Kollege Halbleib, von Seiten der Staatsregierung. Nachdem wir das in der Diskussion um Lehrerstellen schon gewohnt sind, schlagen die Rechentricks jetzt auch noch hier auf. Bei der Höhe der Rücklage kann man allerdings nicht mehr nett von Rechentricks reden. Das ist nichts weiter als eine falsche Darstellung der Tatsachen, Herr Dr. Söder. Zu Beginn dieses Doppelhaushaltes haben wir gut 4 Milliarden Euro in der Rücklage. Gut 4 Milliarden Euro. Ende 2014 werden es nach Ihren eigenen Angaben 3 Milliarden Euro sein. Wenn man also sagt, wie das der Finanzminister tut, dass er die Rücklage aufgestockt hat, dann ist das schlichtweg falsch. 3 Milliarden Euro sind weniger als 4 Milliarden Euro. Das ist ganz einfach und schlicht festgestellt. Apropos fehlende Einnahmen. Bei der Landesbank sah es ja mal kurz, ganz zufällig, vor der Landtagswahl so aus, als ob die Landesbank in Zukunft tatsächlich dem Staat wieder eher Geld einbringen als kosten würde. Nun ja mal kurz, eben ganz kurz vor der Landtagswahl. Jetzt ist es so. Die Bayern LB hat im vergangenen Jahr keinen Gewinn gemacht. Und jetzt darf sie keine Dividende oder Gebühren zahlen. Und um das auszugleichen, zahlt sie aus ihrem Kapitel der stillen Einlage knapp 400 Millionen Euro. Damit das Loch in diesem Jahr gestopft wird. Schön und gut. Aber mehr Geld gibt es dadurch auf Dauer nicht. Die Rückzahlung der stillen Einlage wird einfach nur vorgezogen, um die ausbleibenden Zahlungen auszugleichen. Also, trotz aller Rückzahlungsrhetorik von Seiten der Staatsregierung sieht die Bilanz für den Haushalt aber immer noch negativ aus. Die Landesbankrettung wird die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gut 12 Milliarden Euro bis Jahresende gekostet haben. Wenn der Plan aufgeht, aber auch nur dann, wenn ihr Plan aufgeht, wird die Bank bis Jahresende knapp 1,7 Milliarden Euro an den Staat gezahlt haben. Da bleibt immer noch ein Minus von gut 10,5 Milliarden Euro. Also ein Minus von 10,5 Milliarden Euro. Die Tilgung der Schulden der Landesbank ist also bis auf Weiteres verschoben. Ganz zu schweigen von den Risiken durch die und wegen der Hypoalpe Adria, die noch bestehen könnten. Bei der Einnahmenseite gab es an dieser Stelle zumindest noch in der letzten Legislatur, also vor nicht ganz so langer Zeit, einen Punkt, bei dem wir einen ganz großen Dissens hatten. Hier waren Sie und erklärten es als Ihr wichtigstes Ziel, das Einzige, was erstrebenswert ist, nämlich die kalte Progression abzubauen. Wenn wir, meist in der letzten Legislatur in Person von Eike Alitzki, es auch nur wagten zu sagen, dass dieses Jahr ein schönes, ein wirklich erstrebenswertes Ziel sei, aber bevor man an den Abbau der kalten Progression gehen würde, dann müsste man für eine Gegenfinanzierung sorgen, weil alles andere eben unsolide ist. Was passierte dann? Da war das Geschrei groß auf dieser Seite des Hauses und allen voran Dr. Söder, dass die Grünen dem kleinen Mann wieder nichts von seiner Hände Arbeit gönnten und so weiter und so fort. Was Sie, Herr Dr. Söder und Herr Ministerpräsident, in Bezug auf die kalte Progression gesagt haben, vor der Wahl und nach der Wahl ist schlicht und einfach Wählertäuschung. Denn was passiert seitdem mit den Einnahmen? Sie sprudeln, Sie sprudeln weiterhin. Man will es gar nicht wahrhaben, aber es gibt immer mehr Steuermeereinnahmen. Das ist so und deswegen ist es Wählertäuschung. Ganz kurz zum FAG. Auch wir wollen, und das haben wir im letzten Doppelhaushalt beantragt und werden es auch wieder tun, allgemein einen Anteil vom allgemeinen Steuerverbund auf 15 % anheben. Das haben wir jetzt im Nachtragshaushalt nicht abgebildet. Wir werden es aber tun, und wir finden es ganz wichtig, dass der allgemeine Anteil angehoben wird und eben nicht der goldene Zügel hier und da mal eine Bezuschussung, sondern wir wollen den allgemeinen Steuerverbund ans Teil anheben. So, was ist passiert seit der ersten Lesung? Sie, die CSU-Fraktion, haben den Haushalt kein bisschen generationengerechter gemacht. Nach wie vor gilt der Grundsatz, egal wie unsolide es ist, lieber werden die Schulden PR-wirksam getilgt, als dass etwas für die Vorsorge getan wird. Warum unsolide? Schuldentilgung ist geringer als die Rückzahlung der Bayern LB und die ersparten Mittel für die Vorsorge insgesamt. Das belegt, dass das Konzept mit dem neuen Pensionsfonds schon im Eimer ist, bevor es richtig losgeht. Das ist Wähler-Beamtentäuschung. Oder noch einmal anders gesagt, der Griff in die Rücklage, um Einnahmen und Ausgaben bei diesem Nachtragshaushalt zu decken, das sind über 800 Millionen Euro, ist größer als die angebliche Schuldentilgung, 500 Millionen Euro. Wir wollen stattdessen einen Haushalt, der grün, generationengerecht und sozialgerecht ist. Unsere Schwerpunkte sind mehr Geld für energetische Sanierung, weniger Staatsstraßen im Bereich Soziales, mehr Geld für Schwerbehinderte, Blindengeld, keine Kürzung im Behindertenplan, mehr Geld für die Asylsozialberatung in der Bildung, mehr Geld für Ganztagsschule und Inklusion. Und alle unsere Anträge sind gegenfinanziert, wie es der Kollege Bach-Huber vorher noch einmal bestätigt hat. Vielen Dank auch an dieser Stelle und auch im Ausschuss für die Ehrlichkeit wenigstens dafür. Ich habe es ja vorhin schon in der Zwischenbemerkung gesagt. Und im Gegensatz zur CSU sind wir mit unseren Anträgen ohne Mehrausgabe ausgekommen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Stern. Applaus